Als Semine ihren Mund aufgemacht hat, was das Thema betrifft, wurde sie vor gut einem Jahr als Lügnerin dargestellt und komplett mundtot gemacht. Dabei wollte sie nur auf das Thema mit dem angeblich betroffenen Rapper aufmerksam machen. Ihre Karriere litt darunter, denn der Bruder vom Rapper hat scheinbar dafür gesorgt, dass ihr Vertrag nicht verlängert wird. In einem Livestream betont er, dass er alles tun wird, dass sie nie wieder Musik machen kann. Außerdem gab es hinter den Kulissen mehrere Gespräche mit Rockerbanden, damit sie aufhört, über dieses Thema zu sprechen. Nachdem sie unter Druck gerät, entschuldigt sie sich in einem Statement, damit die Videos gegen sie gelöscht werden. Nun ist mehr als ein Jahr vergangen und das Thema sorgt erneut für Schlagzeilen. Wo bleibt unsere Entschuldigung für Semine? In ihrem Statement sagt sie nun folgendes. Für diejenigen, die mich letztes Jahr auf den Pranger gestellt haben und sich von mir distanziert haben, weil ich ein verbranntes Pflaster sei aufgrund meiner Meinung. Jetzt habt ihr eure Antwort. Folgt weiter einem Menschen, der auf Kinder steht. Ihr seid in meinen Augen genauso Müll wie diese Person. Wen ich hier anspreche, wissen die Betroffenen selbst. Ich wurde letztes Jahr tagtäglich angerufen und dazu gedrängt von *** und seinen Hintermännern, auf die von mit *** abgesprochenen Videos entsprechend zu antworten. Im Gegenzug würde er seine Videos, die er gegen mich gedreht hatte, löschen. Von wegen Freunde wollten Geld zwischen uns machen. Ihr habt mich bedroht und ausgenutzt für eure Boxkämpfe, damit *** fein aus der Sache kommt. Ich stand komplett alleine da und habe mich gegen alle gestellt. Ihr habt mich boykottiert und wolltet mir jegliche Möglichkeit nehmen, mein Brot zu verdienen. Aber Gott ist groß und eure Zeit hat nun ein Ende. Hochmut kommt vor dem Fall und du *** fällst jetzt mit deinem Bruder gemeinsam tiefer denn je. Gott möge euch und eure Familie Kraft geben, diese Zeit zu überstehen. Ich werde für euch beten und euch verzeihen für eure Schandtat, die ihr mir gegenüber getan habt. Außerdem macht sie noch einen weiteren Post, da heißt es, dachte die Aufnahmen wären zusammengeschnitten. Letztes Jahr habt ihr mich noch auseinandergenommen und gezwungen, mich zu entschuldigen gegen meinen Willen. Und heute ist es doch wahr. Eine Reaktion auf diese Statements gibt es aktuell nicht. Ich bleib natürlich für euch an der Sache dran und berichte, sobald es interessant wird. Übrigens Leute, beachtet, es gilt so lange die Unschuldsvermutung, bis das Gegenteil bewiesen wird. An die Rapcheck Community, jetzt seid ihr wieder up to date und wisst natürlich, was momentan in der Rapwelt passiert. Um nichts zu verpassen, könnt ihr meinen Kanal abonnieren und die Benachrichtigung aktivieren. Was denkt ihr über das Statement von Semine und glaubt ihr, ihr wurde sehr viel Unrecht angetan? Ich freue mich schon, wenn ihr nächstes Mal wieder dabei seid. Mein Name ist Memo und bis zum nächsten Mal.